ach ja nein einmal nicht single use das geht die ganze zeit so das problem ist es wird noch lange dauern das weißt du was das projekt weil ich noch nicht die bäume und bienen fertig gemacht ja ich habe mein haus noch nicht mal fertig ach dein haus ist uninteressant ja auch noch nicht mal wirklich bei mir was fertig gemacht dein haus ist uninteressant und in tisland eindeutig unend ist land 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 peter pan lan und noch ein nach hinten gehen ja so wie ich weiß besonders wenn man nicht selber warm braucht ich habe auch beide gebaut ja man ist besonders jemand ganz massenweise knochen hat ist bei mir obendran oder was ja klar ja jetzt in saft ja ich bin bei dir dran na gut er hat so viele knochen da drin ich habe auch noch die ganzen kisten voll das ist so da hoch dann können wir hier wieder eine goldene können wir das nicht zu faul da musst du dir knochen holen da musst du dieses bauen nach warum ich hab's doch ja der ist ja da musst du aufteilen dann funktioniert mit mit gysal geht's mit gysal kannst du einen befeuern okay gysal macht das nix aus dem reicht wenn der einen knochen kriegt ja so hier kommt noch eine diapipe zwischen nein das darf ich nicht naja hier kommt eine diapipe und hier kommt noch das ja aber ich bin mal so nett und führe das trotzdem auf ja wenn du weißt wo knochen sind bei mir klar unten nähe nicht unten oben noch oben sind auf die jungen ja aber ich habe die unten rausgeholt ich hab mein cf pack noch an sind dann was da sind noch ich kann mal wieder welche rausnehmen oben in irgendeine kiste neben dir irgendwie zwischen den beiden diakisten ist noch was da ist auch noch knochen mehr drinne ich glaube ich werde den auch mal ins haus heim bauen dass er immer befüllt ist ja weiß gar nicht was ist eigentlich in der kiste dann auch so kannst du mal in der kiste daneben man gysal rein tun einfach nur so ach so aber wenn ich keine lust dazu habe weiß ich nicht dann habe ich pech auf klocker was ok naja habe ich noch eine kiste übrig da das ganze rucksack klären ich muss jetzt erst mal fertig man ja macht das weiß aber klopper ist overclocker overclocker ist ja mal fertig im kopf 64 water cells direkt fertig sagen wie schön das ist dann schon alles fertig zu haben bald dann bin ich so ein heimwerker so ein gärtner so ein elefant nein ich bin kein elefant elefant im porzellanladen was 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 obwohl das kann hier drin bleiben immer noch material im haus ja ne wo kommt denn jetzt die ingsex her also nicht die denn jetzt herbekommen ach so da kommen die rein blöd ist einer gefördert ich hab mal genäht habe ich an schade naja lieber aus mann oberclocker wie ging die noch ok ich brauche davon so jetzt sind auch die selbst die trichter befüllt ja das war ja ich meine sinn dazu das team an sind ja 32 water cells da oben sind die zehntausender cooling cells naja zehn oberclocker älter das geht ja gar nicht hier zwei stunden ok 19 minuten haben wir noch etwas zeit ja ich habe jetzt schon 22 laffi und drei gold wenn er dann mit dem back switch lassen laufen dann ich habe das die letzten paar mal wo ich auf screen immer man die gefüttert habe auch gemacht ja warum nicht ist doch die geilste methode muss man aber gleich noch mal ein schokopedia raussuchen um zu wissen wie ich die züchten muss noch ähm warte kann ich dir sagen david schokopädias ich glaube ganz hinten steht das da ist es welche farbe brauchst du denn weiß und schwarz ne musst du grün mit blau machen ja das war mir eben schon klar und dann muss ich später und wenn du schwarz haben willst muss weiß mit gelb soll ich dir noch meins geben naja kannst du ja machen weil die lande eingeführt ich wollte gerade so machen dass ich unten noch jeweils ein gold und ein laffi drin habe und dann habe ich mit einmal das schokopädias in der hand gehabt weil ich dir das hingeschmissen habe ja also so habe ich jetzt drin rassig laffi und neun gold na guck und zuhause habe ich noch ein gold dann habe ich zehn gold ja ich wollte das mit einer turtle machen die rechtsklick macht und immer da drauf setzt weil mit dem trichter funktioniert es nicht mhm aber das dauert noch weil das ist extrem ja du kannst aber auch diese farmen dann nehmen ne welche farm die in so ne wie chani hat oh die leckt aber finde ich äh wenn du das nicht zu übertreibst dann nicht ja wenn das auch ein du kannst kleines weiß ich was weiß ich dreimal drei fällt nehmen das reicht schon vollkommen ja und weil der macht produziert das immer so schnell nach und alles ja besonders wenn du humus hast oh ich weiß gar nicht mehr wo humus ging oder eher gesagt fertiliser ne ja achso die hat den fertiliser kacken diese blaue zeug ne ja die kacke nein der fertiliser achso den industrialen fertiliser meinst du ja ja ach ja oh oder kacke ja du kannst ja auch viertel du kannst ja auch die hey was ist denn das für ein viertel laser jetzt hier den kann man mit scrap machen mhm ok ja weil du brauchst ja eigentlich nur ne kleine kufa machen und du kennst das ja selbst dann lässt du das da rüber pumpen und dann lässt du das da machen ja weil du brauchst kein großes Feld das reicht ein kleines 3x3 Feld ja wo du dein harvester noch dran hast ja das aberntet ja und den musst du ja nicht mal so schnell laufen lassen wenn das nicht so oft brauchst ja das ist das ja wenn er dir weiß ich nicht 3000 gysal produziert aber wie gesagt john übertreibt das immer ganz schön ja der macht die rage zu schnell ah ja kann man jetzt nicht sagen ist ja jetzt ne ich werd das genau so alles klein machen das ist das ja ne du brauchst n brauchst du auch nicht so groß ich werd das mit dem weizenfeld machen dass ich einfach nur weizen nebenbei produziere wegen dem viertel laser halt mhm oh ooooooo das war jetzt scheiße oh das habe ich da habe ich mir jetzt miss gebaut ja oh ich hab ähm wie viele empty cells waren das 666 empty cells aus versehen gecrafted ja ist klar aber die fülle ich jetzt die fülle ich jetzt alle mit wasser kann ich eh alles automatisch da unten Reinschmeißen, füllen lassen. Es wird schon wieder dunkel. Ja und? Mich juckt's nicht. Nein, nein. Ich seh ja nur hier vorne. Die meiste Zeit im Haus. Da kann ich doch nix für. Man kann ja auch für Karte gucken, wenn da irgendwas kommt. Ja. Also stell dich nicht an. Eins, zwei, drei. Ich hab schon wieder zwölf Lachki und fünf Golden. Na ja, guck. Läuft alles bestens. Hm. Ah, das reicht. Ja. Mit Bug Switch ist echt gut dafür. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Fußruh da, ich weiß. So. Die haben wir fertig. Ja, 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 ja. Müsste so ein Creeper kommen. Aber ich wüsste nicht, wie man die jetzt baut noch mehr, die, den Bug Switch. Hab ich nicht im Kopf, nein. Transform Upgrade 2 MV. Ach du. Ahnst nicht. Das sind. Davon hab ich dann 15 von den Goldenen. Und von denen hab ich 50 von den Lovely. 22, 22. Wow. 50 Stück hab ich von den Lovely schon. Ja, die kannst alle in eine Tonne schmeißen. Wenn sie nicht brauchst. Wohl. Ach komm. Hier ist er wieder nach Hause. Noch ein paar Chocobus füttern damit. 1, 2. Aber am besten mit den Goldenen erstmal, weil das schneller geht. Ja, weil dann erhöht sich das auch die Chance. Ja. So. Ach, da brauch ich ja noch mehr von. Ach so, das ist ja weg. Stimmt ja. Ähm. Ach, grün. War ich denn, ja, weiblicht und blau und da. Habe ich auch einen weiblichen grün. Ach, da. Und männlichen. Einer mit. Natürlich kann bei dem ersten, ja, bei dem ersten kann man blauer raus, bei dem zweiten kann man grün heraus. Ja, brauchst du da beides. Hab ich doch schon. Na, da kannst du direkt wieder einen töten. Ah, nee, da brauchst du den Kuchen für, damit du direkt aufzüchten kannst. Du bist ja wieder ein blauer, willst du mich verarschen, oder was? Wenig blaue, grad. Zücht ist auch richtig. Ja. Blau und grün, ne? Ja. Komm her. Paar hier mal alle durch die Gegend. Ja, weil die anderen können grad nicht mehr und deswegen baue ich mal einfach durch die. Die anderen können grad nicht mehr. Ne, die können grad echt nicht mehr. Ja, du weißt schon, das hört sich ein bisschen komisch an, oder? Toll. Toll. Da, was... Oh, ne scheiß Zelle. Und noch mehr von diesen Kackdingern, ey. Sternschnuppe. Kannst du da... Du kannst durch Sternschnuppen nix kaputt machen. Kannst du, Sternschnuppe kannst du behalten, schenke ich dir. Mhm. Brauch ich mir mittlerweile nicht mehr. Zwei, zwei, zwei... Du kannst auch mal auf ihre Sexualität achten, okay? Sie können nicht einfach wie Tiere. Ne. Nein. Sie haben auch Gefühl, okay? So, erst mal die kleinen... Oh, hau ab da, du Großer. Machen das die mir gehören? Oh ja, die gehören mir auch. Komm. Komm schon. Hey, komm. Klapp du mal. Die verkriechen sich aber immer in die Ecke. Das ist heftig. Ja, und dann werden die rausgeschubst. Oh. Ne, nicht wirklich. Weil wenn die in der Ecke sind und du die mit so'n Kuchen führst, dann werden die nämlich nicht groß. Ja, geh doch. Muss man auf dem Förderband laufen lassen, die Schokobust. Ab in den Griller rein. Obwohl, oh, ich hab wieder ne... Ne, komm, das mach ich nicht. So gemein. Ich glaube, ich lass so ein Förderband und dann tue ich das alles in so'n Griller rein. Ja. In so'ne Fabrik, da kommt Lava von oben so. Lava. Alles, wie viel Milch hast du eigentlich? Momentan keiner. Achso. Warum? Ne, nur so. Ich hab das hier noch nicht getestet. Ne, ich frag ja nur. Valum? Valum? Den Kuchen. Ne. Musst du ja eh erstmal einmal suchen, wo die sind. Musst dann immer unten sein. Boah, mich kotzen diese Löcher hier an. Ach, das ist alles gut. Halt die Fresse, Flash. Hey, hab mir nicht mal was gesagt, hast mich gleich beleidigt. Hm, hab ich gedacht. Würde ich doch nie. Boah. Nö. Okay, du darfst gleich lachen, okay? Hm? Wenn gleich irgendwas in der Luft fliege von den Recyclern. Lass sie auch mal lachen. Ich lach dann sowieso. Sag's dir dann aber nicht. Weißt du, das Problem ist? Es wird mich noch nicht mal jucken. Ich hab noch Recycler in Reserve. Ja. Sechs Stück. Bist schon fertig im Kopf, ne? Nein. Da. Ich hab neulich geachtet, dass ich das alles in Reserve habe. Farbrucksack. Farbe. Ultimate Hybrid Solar Panel. Schwerte. Bottle Gun. Titt. Hääääh. Was? Alter, was ging jetzt bei dir ab? Gar nichts. Ich hab das schon so gemacht. Das war klar. Alter, was war jetzt bei dir los? Gar nichts. Ja, ja, da war irgendwie so ein Schaden bei dir oben im Kopf. Ja, das Geräusch extra gemacht eben. Aber du dumm bist. Ach, da ist noch ne Dorfner Schoko-Boah. Ah, komm mal her. Sterb. Töte es doch nicht einfach. Töte es doch nicht einfach. Oh, es ist tot. Centus. Lachen wir schon auf? Ach, neun Minuten noch. Das sind zwei Stunden. Okay. Dann haben wir noch ein bisschen. Ich hab Milch. Milch. Hast du denn eine Kuh gehabt? Dann düst du denn hier doch rum. Okay. Die hässlichen Kuh stehen hier rum. Hässling.